So, und hier melde ich mich wieder zurück bei Mare Tennis Aces im Online-Match. Ich bin von der Gameplays als Hobby und wir suchen hier Gegner zum Tennisspielen. Aus Spaß. Also ich zumindest. Und wir haben einen Dilbert 16 als Gegner. Okay, mal gucken, ob er spielen will. Will er, okay. Ich habe wieder einen Yoshi. Okay. Schauen wir mal, wie wir uns schlagen. Oder wie ich mich schlage. Mann, ich hoffe, euch macht es Spaß zu gucken. Das ist ein echt mieser Aufschlag, wenn man damit nicht rechnet. Irgendeiner muss ja mal damit aufhören, immer auf dieselbe Seite zu spielen. Hahaha. Oh, Dilbert 16. Aber es macht Spaß, mit dir zu spielen. Mit dir kann man auch die Bälle schön lang drinnen halt behalten. Verarscht. Ich wusste, dass er jetzt in die Ecke rennt. Ich wusste, dass er jetzt auch nicht braucht. Ich wusste, dass er kommt jetzt nicht. Sehr schön. Gewonnen. Juhu. Gegen Dilbert 16. War ein gutes Spiel. Ich würde gerne die Hand schütteln, wie es bei Tennis so üblich ist, aber es geht leider nicht. Aber mein nettes Spiel war ein schönes Spiel. Und weil es so schön war und nett war, wenn du weiterspielen willst, spiele ich auch weiter. Okay. Machen wir nochmal einen Kampf. Er war so nett. Also es kommt immer so das Spiel drauf ein, wo ich dann denke, denke ich mal ausmache, ob ich noch einen Rückkampf mache oder nicht. Ich mache es jetzt nicht, weil ich anscheinend so gut war gegen ihn, aber weil es ein netter Spieler war. Und gegen Yoshi macht es irgendwie Spaß zu spielen. Der ist so süß. Okay, ich wollte mal gucken, wie lange er den Ball drin behalten wollte. Nicht, dass es so wird, wie gegen Buhu. So, erstes Spiel gewonnen. Dann mal so nett seinen Rückkampf machen und dann wieder verlieren. Und, schaffst du es? Hat's geschafft. Nicht schlecht. Was? 3-0? Huch, ich hab noch keinen Punkt. Oh. Ich hab gedacht, ich hätte schon einen Punkt. Da hab ich einen. Es ist ja schon irgendwie niedlich. Ich hab nicht. Oh. 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 Juhu. Aufgeholt. Überholt nicht, aber aufgeholt. Na, super. Ich glaub, den hätte ich so noch erreicht. Das hier hat's jetzt nur versaut. Scheiße. Juhu. Da. Juhu. Juhu. Die Afrika. Juhu. Juhu. Ja. 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 Doch, es macht Spaß mit ihm. Yay! Und gewonnen! Also, Dilbert, diesmal muss ich leider aufhören. Mit der Aufnahme. Okay, dann gehen wir mal raus. Zwei Siege in Folge, das finde ich schön. Gegen Dilbert 16, aber wie gesagt, es war ein super Spiel, hat mir gefallen. Mit ihm konnte man echt gelassene Spiele und lange den Ball im Spiel behalten, bis man vielleicht mal einen Punkt macht oder sowas. War echt angenehm. Hat mir, wie gesagt, Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch. Dann könnt ihr das gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr mich gerne abonnieren, damit ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt Mario Tennis Aces auf der Nintendo Switch im Online-Match mit von Löher Gameplays als Hobby. Und ich wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Bis dann und tschüss!